Hey Leute und willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal Leute und zwar geht es in diesem Video um die Challenge Tanz mit einem Fisch bei unterschiedlich benannten Orten Leute Auf jeden Fall wollte ich euch in diesem Video zeigen wie ihr eben diese Challenge ganz leicht und schnell schaffen könnt Leute Auf jeden Fall was ihr eben dafür machen müsst ihr müsst euch zu sieben unterschiedlich benannten Orten geben Die kann ich euch hier nochmal kurz einblenden Das sind eben sieben Orte wo eben dieser Fisch Trophäe zu finden ist Unter anderem auch hier in Dusty und zwar was ihr eben dafür tun müsst ihr müsst einfach zu dieser Fisch Trophäe gehen Wie zum Beispiel hier in Dusty ihr könnt es abbauen ist egal eigentlich Und was ihr dann noch machen müsst ihr müsst einfach nur noch tanzen und dann bewegt sich eben der Fisch dort Und ja ihr hört auch ein bisschen Musik und dann könnt ihr diese Challenge schon abschließen Leute Auf jeden Fall ja das war es eigentlich schon mit diesem Video wie schon gesagt es sind sieben Orte die ihr hier abschließen müsst Und ja ich kann auf jeden Fall hier euch nochmal die Karte nennen wo eben diese sieben Orte nochmal eingezeichnet sind Und wo ihr hingehen müsst und ja wie schon gesagt war es auf jeden Fall schon mit in dem Video Ich hoffe immer dass es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postwertung und ein Abo da Und vergesst auf jeden Fall nicht die Glocke zu zivieren Und ja sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Haut rein, cheerio, bye